Wir schreiben das Jahr 2050. Sie fahren zu ihrem Freund, der am anderen Ende der Stadt wohnt. Oder, was wahrscheinlicher ist, sie werden von ihrem Auto gefahren. Es ist vollautomatisch. Sie müssen sich also nur entspannen und die Fahrt genießen. Dir wird langweilig, also beschließt du ein Spiel zu spielen und anzufangen, die über dich fliegenden Lieferdrohnen zu zählen. 35, 36, 37. Die Ampel schaltet auf weiß und sie wissen genau, was zu tun ist. Ja, die Ampeln der Zukunft könnten eine zusätzliche Farbe haben. Weiß. Dieses künstlich intelligente Licht soll das Durchfahren von Kreuzungen für selbstfahrende Fahrzeuge erleichtern, den Verkehrsfluss beschleunigen und den Kraftstoffverbrauch reduzieren. Das grüne Licht wird immer noch Fahren bedeuten. Das rote Licht wird immer noch Stopp sagen. Und das weiße Licht wird ein Signal für menschliche Fahrer und Fahrgäste sein, den Fahrzeugen vor ihnen durch die Kreuzung zu folgen. Die selbstfahrenden Autos müssen das weiße Verkehrslicht nicht sehen. Sie erhalten drahtlos innerhalb eines bestimmten Bereichs Daten davon. Das System wird eine optimale Geschwindigkeit empfehlen und der Straße mit mehr Verkehr darauf Vorrang geben. Das weiße Licht wird aktiviert, wenn genügend selbstfahrende Autos die Kreuzung nähern. Der Computer wird dann die effizienteste Reihenfolge für sie ermitteln, um zu fahren oder anzuhalten. Und wenn diese neue Art von Ampel eingeführt wird, bevor wir vollständig auf autonome Fahrzeuge umsteigen, werden immer noch Oldschool-Autos auf der Straße sein. Wenn sie an der Kreuzung die selbstfahrenden Autos überwiegen, schaltet sich das weiße Licht von selbst aus. Simulationen der neuen Technik haben gezeigt, dass je mehr selbstfahrende Autos es auf der Straße gibt, desto schneller fließt der Verkehr. Wir haben noch nicht die Technik, um an jeder Kreuzung das weiße Licht einzuführen. Aber die Forscher der North Carolina State University, die hinter der Idee stehen, glauben, dass es möglich ist. Es würde Geld und Zeit kosten, aber auf lange Sicht auch Geld und Zeit sparen. Wenn Sie von der vierten Farbe an der Ampel beeindruckt sind, stellen Sie sich Augmented Reality direkt in Ihrem Fahrzeug vor. Wie in einem Science-Fiction-Film erscheinen Verkehrsschilder und Sicherheitswarnungen auf Ihrer Windschutzscheibe. Es könnte auch benutzerdefinierte Benachrichtigungen, Apps und Unterhaltung geben. Es sieht so aus, als ob Sie sich auf der Autobahn nie wieder langweilen werden. Und Ihr Auto auch nicht, da es über ein Fahrzeug-zu-Fahrzeug-System, V2V, mit anderen seiner Art kommuniziert. Autos tauschen Daten zu Geschwindigkeit, Standort und Sicherheitswarnungen aus, um die richtigen Fahrentscheidungen zu treffen. Straßenarbeiten, die zwar zu ihrem eigenen Wohl und ihrer Sicherheit ausgeführt werden, können ziemlich frustrierend sein. Nun, das könnte mit selbstreparierenden Straßen nicht mehr nötig sein. Forscher von mehreren britischen Universitäten haben einen Betonmix mit winzigen Kapseln voll spezieller Bakterien geschaffen. Diese Bakterien stammen aus Seen in der Nähe von Vulkanen und können bis zu 200 Jahre ohne Sauerstoff oder Nahrung überleben. Sie aktivieren ihre heilenden Superkräfte, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, welches die Hauptursache für Schlaglöcher ist. Nachdem sie das Wasser aufgenommen haben, produzieren die Bakterien Kalkstein, der die Unvollkommenheiten auf den Straßen versiegelt. Tests haben gezeigt, dass diese brillante Idee tatsächlich funktioniert. Wow! Wenn diese Technologie weltweit verbreitet wird, sollte sie die Straßeninstandhaltungskosten um 50% reduzieren. Das ist besonders gute Nachrichten für Autofahrer und Radfahrer, da Schlaglöcher eine große Gefahr für sie darstellen. Viele Autobahnen sind bereits mit Kameras ausgestattet, die sie von oben überwachen. Aber Fahrer und selbstfahrende Fahrzeuge müssen Zugriff auf diese Daten erhalten. In nicht allzu ferner Zukunft werden Sensoren praktisch überall sein. In Fahrzeugen, Gebäuden, Ampeln und sogar auf den Straßen selbst. Dies ist wichtig, da selbst einige der intelligentesten Autos möglicherweise nur über eine begrenzte Reichweite dessen verfügen, was sie sehen. Wenn Sie Entscheidungen auf der Grundlage dieser Daten treffen, nützt das nichts. Also wird eine intelligente Autobahn mit Sensoren Abhilfe schaffen. Stellen Sie sich vor, Sie erhalten über schnelle, mobilfunkbasierte 5G-Netze Echtzeitinformationen über alle möglichen Hindernisse und Gefahren auf der Straße. Diese Technologie soll dazu beitragen, die Zahl der Verkehrsunfälle zu minimieren. Sollte es auf einer der intelligenten Autobahnen zu einem Unfall kommen, analysiert künstliche Intelligenz die Daten zur Geschwindigkeit, Spurpositionierung und Fahrzeugen in der Nähe, um Muster und Algorithmen zu erarbeiten, um ähnliche Unfälle in Zukunft zu vermeiden. Da immer mehr Menschen gemeinsame, autonome Fahrzeuge nutzen werden, dürfte die Nachfrage nach Parkplätzen sinken. Und es wird Parkplätze für autonome Fahrzeuge mit Elektro-Ladestationen und Reinigungsdiensten geben. Auf solchen Parkplätzen finden mehr Autos Platz. Da keine Aufzüge oder Treppen erforderlich sind, die Eigentümer stellen die Autos einfach am Eingang ab. Dadurch können die Autos auch sehr eng geparkt werden. Die Leute müssen nicht die Türen öffnen und aus dem Fahrzeug steigen. Forscher gehen davon aus, dass auf autonomen Parkplätzen 62 bis 87 Prozent mehr Autos Platz finden als auf herkömmlichen Parkplätzen. Das einzige Problem sind die Besitzer, die nicht für das Parken bezahlen wollen und ihre selbstfahrenden Autos endlos durch die Gegend fahren lassen. Dies könnte zu einem Stillstand der Roboter führen. Sprechen Sie über zukünftige Weltprobleme. Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen und dabei oft, nun ja, ein wenig frustriert sind, werden Sie dieses Verkehrsmittel lieben. Züge, Busse, Fähren und alle Fahrzeuge, die wir in Zukunft sehen werden, werden nicht mehr auf festen Routen oder Fahrplänen fahren. Die Anzahl der Fahrzeuge hängt von der Nachfrage der Nutzer ab. Hier geht es darum, Wartezeiten und Gedränge zu reduzieren. Dieses als Demand Responsive Transport, kurz DRT, bezeichnete System wird bereits an verschiedenen Standorten rund um den Globus getestet. Es läuft nicht immer reibungslos, aber neue Technologien sollen alle Probleme lösen. Mithilfe von Apps und Kartenalgorithmen können Sie Shuttle-Minibusfahrten von schwimmenden Bushaltestellen in der Nähe Ihres Zuhauses buchen und dorthin bringen, wo Sie hin müssen. Wünschen Sie sich manchmal, Sie hätten ein Auto in einer anderen Farbe gekauft? Die gute Nachricht ist, dass Ihr Fahrzeug in Zukunft vielleicht sein Aussehen ändern kann. BMW hat auf der Consumer Electronics Show 2023 in Las Vegas ein Konzeptauto vorgestellt, das genau das kann. Das Auto wird 240 Paneele haben, die in 32 verschiedene Farben wechseln können. Sie werden die Möglichkeit haben, alle Paneele in eine Farbe zu ändern oder für jedes Panel einen Farbton festzulegen, wodurch Ihr Auto zu einem Kaleidoskop auf Rädern wird. Das Auto wird außerdem eine Windschutzscheibe mit Augmented Reality mit allen notwendigen Daten für die Fahrt und Updates von sozialen Medien haben, die alle FOMO-Probleme lindern sollten. Und Ihr zukünftiges Fahrzeug wird auch Emotionen ausdrücken, indem es eine Kombination aus Scheinwerfern und geschlossenen Nierenkühlergrills verwendet. Ich nehme an, wenn Sie gut darauf aufpassen, wird es die ganze Zeit lächeln. Sie haben auf jeden Fall in mindestens einem Film über die Zukunft ein fliegendes Auto gesehen. Und diese Zukunft rückt immer näher. Mehrere Unternehmen haben daran gearbeitet, und Asker ist der Einführung bislang am nächsten. Es werden bereits Vorbestellungen für einen Viersitzer in der Größe eines SUV entgegengenommen, der senkrecht starten und Distanzen von bis zu 250 Meilen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 240 km pro Stunde zurücklegen kann. Die Hersteller versprechen, dass sich das fliegende Auto problemlos in die Stadt einfügen wird. Es benötigt nicht viel Platz zum Landen und Starten und kann auf normalen Parkplätzen abgestellt werden. Sein Motor wird mit Superbenzin betrieben, das Sie an normalen Tankstellen kaufen können. Außerdem müssen Sie den Akku entweder zu Hause oder an speziellen Ladestationen aufladen. Diese Schönheit kann übrigens für nur 7.9000 US-Dollar Ihnen gehören. Hyundai hat sein eigenes einzigartiges Elevate-Konzeptauto, das sowohl Räder als auch Beine hat. Dieser Transformer bewegt sich auf eine Weise, die normale Autos nicht können. Er kann Treppen steigen, um jemandem im Rollstuhl zu helfen, ins Auto zu gelangen, sich in enge Parklücken quetschen oder Hindernisse überklettern. Die größere Idee hinter diesem Konzept ist es, Menschen, die keine Mobilität haben, Freiheit und Mobilität zu geben. Elevate kann auch im Bauwesen und bei Katastrophenhilfe helfen. Stellen Sie sich nur vor, was für eine große Hilfe es für Rettungsteams sein könnte, die versuchen, Gebiete zu erreichen, in die normale Autos nicht hineinfahren könnten. Wie Trümmer oder Teile von eingestürzten Gebäuden. A. Die Zukunft lebt.